Im Talk aus Rom stellt sich Pfarrer Hans-Joachim Vogel den Fragen von KTV. Seine Berufung, sein Weg zum Priestertum und sein Weg in die langjährige Auslandsseelsorge, der ihn über die Anima in Rom nach Singapur führte. Während seiner Zeit in Singapur ist die dortige Gemeinde stark angewachsen. Gleichzeitig hat er die deutschsprachigen Schwestergemeinden in Kuala Lumpur und Ho Chi Minh Stadt betreut. Erstausstrahlung 8. Januar 13 Uhr Schalten Sie ein, wir freuen uns auf Sie!